Kommen Sie raus. Verdammt, was ist das denn? Ein Filmteam. Kennt ihr die? Nein. Ich bin nicht ein Regisseur. Wir sind ein Team von... Hey, das ist ja Wahnsinn, André. Sieh dir mal diese riesige Kamera an. Das ist eine verdammt gute Ausrüstung. Interessiert dich die? Nee, das Video. Und was haben wir? Film. Oh! Aber Monsieur, wie...